Lassen Sie uns heiße Neuigkeiten direkt aus Frankfurt erfahren. Aber abonnieren Sie zuerst unseren Kanal. Heute endete ein einfacher Besuch im Freibad im Chaos, da dort ein großer Polizeieinsatz stattfand. Die Situation ist so angespannt, dass sich viele Menschen fragen, ob es heutzutage sicher ist, ins Schwimmbad zu gehen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich frisch machen und plötzlich sind Sie mitten im Chaos. Das ist heute passiert. Die Polizei ist überall und versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Szene reicht aus, um jeden zum Nachdenken anzuregen, bevor er schwimmen geht. Ich weiß, es mag beängstigend klingen, aber wir möchten von Ihnen hören. Hätten Sie nach diesem Hören immer noch den Mut, in ein Freibad zu gehen? Hinterlasse ein Kommentar. Wenn wir solche Bilder sehen, ist es normal, dass wir uns unwohl und besorgt fühlen. Bleiben wir also wachsam und passen wir aufeinander auf. Kürzlich habe ich Fotos gesehen, auf denen die Becken voll sind und wie Sardinenbüchsen aussehen. Das ist so besorgniserregend, dass wir jetzt darüber reden müssen. Es scheint, als ob unsere Regierung nicht glaubt, was passiert. Aber es ist real und muss diskutiert werden. In einigen Teilen unseres Landes ist die Situation außer Kontrolle und die Migrationspolitik versagt kläglich. Machen wir uns nichts vor. Es sind nicht die einfachen Leute, die Probleme verursachen, sondern laut Polizei und Statistik sind es häufig Menschen mit Migrationshintergrund. Wir sagen nicht, dass sie alle problematisch sind, aber es ist wichtig, die Daten zu verstehen und zu sehen, was wirklich passiert. Schauen wir uns diesen Vorfall also genauer an. Zensierte Videos zeigen, wie Migranten Menschen in einem Freibad angreifen und belästigen. Aus diesem Grund müssen sich Besucher nun einer Identitätskontrolle unterziehen und ihre Taschen durchsuchen lassen, was ziemlich demütigend ist. Dies geschah am 17. Juli 2023 und es ist eine traurige Entwicklung. Vielleicht haben Sie schon einmal von so etwas gehört oder es sogar erlebt. Ich habe gehört, dass manche Menschen ihre Taschen komplett leeren mussten, was besonders für Frauen sehr unangenehm sein kann. Es ist frustrierend, weil jeder wie ein Verdächtiger behandelt wird, weil manche Leute nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Vor sieben Jahren warnten Alice Weidel und die AfD vor solchen Situationen und wurden dafür belächelt. Jetzt sehen wir, dass sie Recht hatten, auch wenn einige das Problem immer noch verharmlosen wollen und sagen, dass es sich nur um Einzelfälle handele. Ich kenne viele ausländische Freunde, die ihr Leben normal führen, und wir sind gute Freunde. Zu sagen, dass wir verallgemeinern, ist also die erste Fake News. Was mich wirklich irritiert, ist, dass dieses Thema ständig ignoriert wird. Die Menschen sind zunehmend besorgt und wenn sie bei Google nach Polizeieinsätzen suchen, werden sie überrascht sein, wie viele Neuigkeiten es dazu gibt. Es ist traurig zu sehen, dass die Mainstream-Medien das Problem herunterspielen und es immer als Einzelfälle behandeln. Aber diese Einzelfälle kommen sehr häufig vor. Schauen wir uns an, was in Frankfurt passiert ist. Das Erste, was ich mich fragte, war, wie konnte es sein, dass so viele Frauen angegriffen wurden und niemand, nicht einmal die Rettungsschwimmer, eingriff? Das ist sehr besorgniserregend und verdient unsere Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns über einen schweren Fall sprechen, der sich in Sachsen ereignet hat. Eine 83-jährige Frau wurde in einem Zug angegriffen und wir fragen uns, wo ist der moralische Mut der Menschen? Ehrlich gesagt hätte jemand eingreifen sollen, um diese Dame zu beschützen, aber es scheint, als hätte sich niemand getraut. Die Wahrheit ist, dass es für viele gefährlich sein könnte, sich auf solche Situationen einzulassen, aus Angst, dass sich die Situation verschlimmert und dass Waffen eingesetzt werden könnten, die tödlich sein könnten. Die große Frage ist also, was geschah an dem Tag, als der größte Außenbereich Europas wiedereröffnet wurde? Stellen Sie sich vor, am ersten Tag der Wiedereröffnung musste die Polizei eingreifen. In Frankfurt genossen tausende Besucher bei Brentano-Robart den heißen Tag mit Temperaturen über 30 Grad Celsius. Um 17 Uhr wurde die Polizei wegen einer heftigen Auseinandersetzung gerufen. Zeugen berichteten, dass es sich um zwei Männer handelte, beide 35 Jahre alt und mit Migrationshintergrund. Und diese Geschichte ist kein Einzelfall, wird in verschiedenen Zeitungen und Medien berichtet. Wenn Sie schon einmal bei Brentano-Robart waren, teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Wir müssen über diese Probleme sprechen und nach Möglichkeiten suchen, die Sicherheit aller zu gewährleisten, insbesondere der Schwächsten. Ich habe es nachgeschlagen und festgestellt, dass Sie das Thema der Migrationsherkunft diskret weggelassen haben, was ich sehr interessant fand. Drei Frauen wurden schwer beleidigt und misshandelt. Die verwendeten Formulierungen waren so anstößig, dass ich sie lieber nicht wiederhole. Und von da an wird die Geschichte nur noch spannender. Der Rettungsschwimmer versuchte einzugreifen, jedoch ohne Erfolg. Die lästigen Personen wurden von der Polizei abgeführt, allerdings nicht ohne noch mehr Verwirrung zu stiften und sogar die Beamten selbst zu belästigen. Nach Angaben des Polizeisprechers wollte man dort zunächst gar nicht hin. Dies zeigt, dass die Polizei den Respekt bestimmter Gruppen völlig verloren hat. Was denken Sie? Natürlich können wir das nicht verallgemeinern. Aber es ist besorgniserregend. Unsere Mitarbeiter sehen sich beispielsweise mit Menschen konfrontiert, die T-Shirts mit dem Aufdruck C in Kleinbuchstaben tragen, was möglicherweise mit einer verbotenen Gruppe in Verbindung steht. Lassen Sie uns über ein ernstes Problem sprechen, das in Freibädern auftritt. Es ist, als ob die schwersten Kriminellen an eine Wand gestellt und fotografiert würden. Wenn so etwas passiert, beleidigen die Verantwortlichen nicht nur andere, sondern stellen auch Autoritäten in Frage. Nach der Identifizierung werden diese Personen freigelassen, während die bedrohten Frauen mit dem Trauma zurückbleiben. Zeugenaussagen zufolge mussten diese Frauen von der Polizei versorgt werden und werden sich nie wieder unbeschwert und entspannt fühlen. Stellen Sie sich vor, Sie möchten einfach nur einen schönen Tag am Pool verbringen und so etwas passiert. In Berlin werden öffentliche Schwimmbäder durch solche Situationen zu wahren Festungen. In Frankfurt sagte Boris Silinski, verantwortlicher für die Schwimmbäder, dass es einen Sicherheitsdienst gebe und man eng mit der Polizei zusammenarbeite. Er sagte, dass es in den letzten Jahren keine Zwischenfälle wie in anderen Großstädten gegeben habe, was eine Erleichterung sei. Aber seien wir ehrlich, es hat sich einiges verändert. In der Vergangenheit mag die Situation anders gewesen sein, aber jetzt ist die Sicherheit ein echtes Anliegen. Es ist wichtig, dass jeder angstfrei einen Tag im Schwimmbad genießen kann. Sicherheitsvorfälle, die sich vor 40, 50 oder sogar vor 30 Jahren, vor 2015, ereigneten. Ich würde wirklich gerne wissen, ob solche Dinge damals in ihrer Stadt passiert sind. Wir hören oft von linken Gruppen, dass es diese Probleme schon immer gab, aber ich finde es interessant und würde einiges davon gerne als historisches Dokument sehen. Hier ist das Video. Leute, ich versuche nur herauszufinden, ob daran etwas Wahres dran ist oder ob es Fake News sind. Und jetzt eine wichtige Frage. Haben Sie noch den Mut, in Deutschland auf die Straße zu gehen oder nachts im Park spazieren zu gehen, insbesondere in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs? Ehrlich gesagt ist die Tatsache, dass wir überhaupt darüber nachdenken müssen, besorgniserregend. Also lasst uns diese Probleme bekannt machen, diskutieren und nach Lösungen suchen. Bis zum nächsten Mal.